Hallo liebe Rollen- und Nicht-Rollenspielende, willkommen bei meinem neuen Video. Heute möchte ich ein großes Thema anschneiden und zwar Gruppen im Lab und Gruppendynamik und was ist eigentlich besser mit einer Gruppe auf Labs zu fahren oder alleine? Welche Vor- und Nachteile haben beide Seiten und ja letztendlich gibt es dann auch ein Fazit natürlich von mir und ich will dazu sagen, das wird wieder ein Zweiteiler, denn dieses Thema liegt mir am Herzen, weil einerseits habe ich das schon alles durchgemacht, was ich jetzt in diesen beiden Videos mit euch besprechen werde. Ich habe coole Erlebnisse gehabt, ich habe blöde Erlebnisse gehabt, ich habe angefangen mit einer Gruppe Lab zu machen und habe dann auch wieder aufgehört mit einer Gruppe Lab zu machen, weil sich die Gruppe getrennt hat. Das heißt, ich habe eigentlich schon alles mögliche erlebt, was man erleben kann, wenn man mit einer Gruppe labt. Außerdem habe ich auf der Website der Teilzeithelden einen sehr, sehr interessanten Beitrag gelesen zum Thema Gruppendynamik, was ja perfekt in dieses Thema reinpasst, über was ich mir eh schon Gedanken gemacht habe. Deshalb soll es heute erstmal um Vor- und Nachteile gehen, wenn du halt alleine oder mit deiner Gruppe auf Korn fährst und im nächsten Teil wird es dann nochmal speziell um Gruppendynamik gehen, also da werde ich mehr auf den Artikel von den Teilzeithelden eingehen und nochmal so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, was ich das schon so für Erfahrungen gemacht habe. Vielen Dank übrigens an euch da draußen. Ihr habt mir wieder viele Vor- und Nachteile geschickt, habt mir ein bisschen erzählt, wie ihr das macht, ob ihr mit eurer Gruppe oder auch allein auf Korn fahrt und überraschenderweise, das fand ich echt krass, natürlich repräsentiert das nicht die ganze Lab-Szene, aber bei meiner Umfrage, die ich gemacht habe, waren ein Viertel von euch, die gesagt haben, ne, ich fahr allein auf Korn. Und viele von euch haben mir auch geschrieben und haben mir erklärt, warum das für euch so ein großer Vorteil ist und warum ihr euch dafür entschieden habt, das alleine zu machen, weil es für euch persönlich stressfreier war. Also das ist schon so der erste Vorteil davon, alleine auf Korn zu fahren. Aber wie gesagt, starten wir mal. Und da ich das gerade schon so ein bisschen angeteasert habe, fangen wir doch einfach auch mal mit den Punkten an, die ihr mir so geschickt habt. Denn ich muss ehrlich sagen, alleine auf Korn gefahren bin ich noch nicht. Bis jetzt war ich irgendwie immer mit meiner alten Gruppe früher, das war ja noch vor der Pandemie, auf Labs oder halt mit einem Teil der Gruppe auf Labs. Aber so ganz, ganz alleine war ich noch nie auf einem Lab. Deswegen, das fand ich super interessant, fangen wir da mit einmal an. Und zwar Der ganz große Vorteil, also die Überschrift von allen kleinen Vorteilspunkten, die da jetzt gleich kommen, ist eigentlich Flexibilität. Es gibt halt keine interne Gruppenhierarchie. Ihr könnt alleine euch verpflegen, aussuchen, auf welche Cons ihr geht. Ihr müsst keine Rücksicht auf andere Gruppenmitglieder nehmen, letztlich dann nur noch auf die Leute auf der Con. Aber ihr müsst nichts abstimmen. Ihr könnt euer Lager so aufbauen, wie ihr wollt. Ihr könnt wann und wo ihr wollt hinfahren. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Es braucht also keine Vorplanung oder Vorbesprechung. Ihr könnt ganz frei agieren und ja, eure ganz, ganz eigene Planung machen. Cool, aber birgt natürlich auch gleichzeitig Nachteile. Man ist zwar super flexibel. Man kann immer alleine irgendwo hinfahren, wenn man möchte. Man braucht sich mit niemandem absprechen. Man braucht auch auf keine Dinge von anderen Rücksicht nehmen. Aber das kann auch, auch das habt ihr mir so gesagt, auch dazu führen, dass man oft so anfängt, sein eigenes Süppchen zu kochen. Und dann auch so ein bisschen die Reflektion zu verlieren, die man von außen bekommt. Also Selbstreflektion ist schon bei den meisten von euch scheinbar da. Das habt ihr mir auch so geschildert mit ein paar Storys, die ihr mir erzählt habt. Aber ihr habt auch gesagt, hey, man kriegt dann nur noch Rückmeldungen von Leuten, die man vielleicht mal kurz auf Con gesehen hat. Und wenn man dann auch so kommunikativ ist und sich danach vielleicht nochmal mit einigen Leuten unterhält. Aber fernab davon fehlt euch dann die Reflektion von außen. Und vor allem auch von Leuten, die euch näher stehen und euch vielleicht auch ein bisschen besser kennen und dann so eins und eins zusammenzählen können. Und deshalb fehlen euch dann manchmal so personenbezogene Tipps, die natürlich fremde Leute euch überhaupt nicht geben können. Und natürlich geht es jetzt nicht nur so um die OT-Dinge, sondern ihr habt auch gesagt, ja gut, wenn man dann auf einer Con ist und vielleicht nicht so einen guten Anschluss findet und das aber eine Con ist, wo viel gekämpft wird oder wo einfach Teamarbeit nötig wird, dann ist es ein bisschen schwieriger da ranzukommen, wenn man ein bisschen Probleme damit hat, Kontakte zu knüpfen. Und das ist eigentlich der größte Punkt. Ihr habt nämlich gesagt, wenn man alleine auf Con fährt, dann muss man schon ein bisschen selbstbewusst sein, dann muss man kommunikativ sein und sich gerne einbringen wollen, weil sonst wird es schwierig. Und wie ist das eigentlich mit einer Gruppe? Da hat man ja gar nicht so das Problem, dass man sich erstmal einbringen muss, denn im besten Fall, wenn du sowieso schon mit deinen OT-Freunden entscheidest zu labten und dir was cooles, einen coolen Lab-Hintergrund aufbaust, dann hast du nicht so das Problem, dich erstmal irgendwo integrieren zu müssen, sondern du bist ja schon integriert und fährst mit deiner geschlossenen Gruppe dahin. Ihr kennt euch wahrscheinlich alle gut, ihr kennt eure persönlichen Pro und Kontras. Im besten Fall könnt ihr auch gut kommunizieren. Das macht dann schon einiges gruppenintern auf jeden Fall einfacher. Und wenn man Schwierigkeiten hat, damit auf Kontakte zu fremden Menschen zu knüpfen, ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn man mit seiner Gruppe auf Lab fahren kann. Hier kann ich natürlich auch einiges dazu sagen und das deckt sich auch total mit dem, was die anderen mir geschrieben haben, und zwar dem Dreiviertel von Leuten, die mit ihren Gruppen auf Labs fahren. Wenn du mit Gruppenmitgliedern fährst, die du OT am besten auch noch gut kennst, dann spürst du eine Vertrautheit. Du hast immer einen Rückzugsort. Du hast Leute an der Hand, die dir das auch mal von ihnen ausspiegeln, wie du dich verhältst, die dir Tipps geben können oder manchmal auch Kritik aussprechen können. Im besten Fall so, dass es gut bei dir ankommt und dass man sich gut aussprechen kann. Man kriegt also einen Rückhalt, einen sicheren Hafen in schwierigen Situationen oder auch in Situationen, wo man sich einfach mal zurückziehen muss. Der Vorteil ist dann auch, dass so eine Konzepte wie Adel oder ähnliches dann auch bespielt werden können, weil da, und das habt ihr auch oft gesagt, gibt es natürlich Probleme, je nachdem, welches Konzept man spielen möchte. Wenn du jetzt einen König spielst, ohne seinen Gefolge, weil du eben auch alleine auf Kon fährst, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Und das hebt sich mit der Gruppe auf. Je nachdem, wie groß deine Gruppe ist, kannst du natürlich auch andere Konzepte darstellen, die einzeln nicht möglich wären. Und ihr habt auch gesagt, ein ganz, ganz großer Vorteil ist, dass das Finanzielle, das Außenrum, also Verpflegung kaufen, auf Konz zu fahren, also Fahrtgemeinschaften zu gründen und auch alles andere drumherum, gemeinsame Gewandungen zu kaufen, zu nähen, da hat man mit einer größeren Gruppe auch einen größeren finanziellen Pool. Und nicht nur das Finanzielle ist dann ein bisschen leichter, sondern auch die Möglichkeit, Dinge zu lagern. Aber diese ganzen Vorteile können natürlich auch ein bisschen ins Negative rutschen. Denn wenn man eine große Gruppe hat, hat man viel Zeug, was man irgendwie verteilen muss. Und ja, wenn sich die Gruppe dann irgendwann doch mal trennt, umso mehr man besitzt, umso schwieriger wird es, die Dinge aufzuteilen. Und das vor allem gerecht. Das nächste Problem ist, umso größer die Gruppe, umso mehr Dinge müssen organisiert werden, umso mehr Handlungsbereiche gibt es. Und wenn es dann ein paar Leute in eurer Gruppe gibt, die nicht so verlässlich sind, dann kann das auch schnell zu Problemen führen, weil dann ihre Aufgabenbereiche nicht sorgfältig erledigt werden und deswegen vielleicht sogar auf der Konz letztendlich Dinge fehlen. Und selbst in einer Gruppe kann es Einzelkämpfer geben, also Leute, die egoistisch sind oder gerne ihr eigenes Ding durchziehen wollen. Denn das natürlich wieder empfohlen, Leute, dann fahrt alleine auf Kon, das ist gar kein Problem. Jeder kann letztendlich das machen, worauf er Lust hat, solange er keine anderen Menschen gefährdet. Deswegen, wenn man merkt, hey, eine Gruppe hält mich irgendwie auf in dem, was ich machen möchte, dann steht es euch ja jederzeit frei, auch alleine auf Kon zu fahren. Blöd wird es nur, wenn ihr halt der alleinkämpfende Mensch in eurer Gruppe werdet und nicht so viel Rücksicht auf eure anderen Freunde nehmt. Und zu guter Letzt, Leute, wir sind hier wahrscheinlich fast alle erwachsen. Viele von euch da gehen arbeiten, haben teilweise auch Familie. Und wenn man dann auch noch eine Lab-Gruppe hat und zu Konz fahren möchte oder vielleicht auch nur sich auf ein Bastel-Day treffen möchte, dann ist natürlich die Terminfindung ein ganz, ganz großer Nachteil. Wir haben alle irgendwie wenig Zeit. Auf jeden Fall ist das immer gefühlt so. Die Tage werden immer kürzer und man hat tausend Termine. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man mit zehn Leuten zum Beispiel in einer Lab-Gruppe ist, den einen Termin zu finden, wo am besten alle können. Weil schöner ist es doch eigentlich, wenn alle beisammen sind. Es gibt natürlich noch mehr Vor- und Nachteile, aber das waren so die, die mir am wichtigsten waren und auch Punkte, die ich von euch so ein bisschen sammeln konnte und mit in dieses Video verarbeiten konnte. Wenn ihr noch mehr Vor- und Nachteile habt, wenn ihr gute oder vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt die gerne auch in die Kommentare. Jetzt folgt ja dann demnächst der zweite Teil, wo es darum geht, hey, okay, wenn wir jetzt hier eine Gruppe haben, wie läuft das? Welche Vor- und Nachteile hat das nochmal im Speziellen? Wie funktioniert Gruppendynamik? Das kommt ja aus der Soziologie oder wird in der Soziologie vor allem beschrieben. Da gibt es auch verschiedene Phasen. Das ist eigentlich total interessant. Und das gibt es natürlich in jeder Gruppe. Nicht nur im Real Life, sondern auch natürlich in den Gruppen, die wir dann fürs Lab bespielen. Und wie das OT das IT beeinflussen kann, das ist super interessant und das klären wir dann im nächsten Video. Da gehe ich dann nämlich auch nochmal speziell auf den Beitrag von den Teilzeithelden ein. Und ich bin gespannt. Ich plaudere dann natürlich nochmal ein bisschen so aus dem Nähkästchen von meinen Erfahrungen, was gut und schlecht lief. Und ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich mega über ein Like freuen. Wenn ihr noch nicht oder gerade neu auf meinem Kanal seid und vorher noch den Kanal nicht kanntet und ihr aber gerne bleiben wollt, dann freue ich mich mega über ein Abo. Und wie gesagt, ich freue mich immer über Kommunikation in den Kommentaren, über eure Erfahrungsberichte und wenn ich mich mit euch ein bisschen austauschen kann. Und ansonsten freue ich mich super doll auf das zweite Video und auf eure Erfahrungen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut! 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 Untertitelung des ZDF, 2020